Hallo Leute willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Rob und wir machen jetzt weiter mit Road Crash das heißt wieder Motorrad fahren keep rollin' 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 ok erstmal wieder erste Mission alle Kisten zu holen geil wäre natürlich wenn ich es mal schaffe alle Kisten so plus gleich Platz 1 zu werden würde man nämlich einiges ersparen an Zeitaufwand ah shit ha das Engine goes ok alle Kisten bekommen Sonntagsfahrer alter ich finde aber echt gut dass das Projekt gar nicht mal so scheiße ankommt ist auf jeden Fall nicht eins meiner schlechtesten ok bis jetzt sieht es eigentlich echt gut aus was Kisten angeht wow das sind ja aber hässige Kurven noch sieben sieben und drei Plätze noch jetzt hab ich denen auch noch einen Boost gegeben richtig hässig ok den ersten Platz kriege ich auf jeden Fall nicht mehr hey wieso komme ich da nicht durch okay jetzt kann ich mich wirklich ganz und gar nur auf den Edelkristallen konzentrieren eine Kiste noch oh ich sehe sie sogar schon da ist ein Loch what das Loch hab ich nicht gesehen ok egal 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 wir haben den Edelkristallen ich wollte grad sagen hab ich den jetzt nicht gekriegt hm ah ich find's lustig jetzt hab ich den Edelkristallen geholt aber da kann ich nicht sofort Neustart machen aber jetzt wenn ich wenn ich jetzt beispielsweise nicht erster Platz werde dann kann ich wieder Neustart machen das ist echt nicht durchdachlos so jetzt ist es nur noch wichtig erster zu werden was mein Hauptproblem sein wird weil wie gesagt ich nicht so gut bin ich scheiß wieder auf springen da ist man am meisten schneller dein Ernst das war doch ein Millimeter das war doch ein Millimeter komm gib ihm jetzt fünft dein Gegenmusik komm das war's 2005 nah ist das eine die 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 Okay, jetzt kommen eh gleich diese Speedstellen wieder hier jetzt. Da haben wir one. Wir sind vielleicht zweiter Platz, Leute. Okay, okay, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir können es echt schaffen. Alter, komm, 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 gib, 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 du Hure, ah, nein, du Verfucker, Alter. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Level neustart? Du Verfucker, Alter. Mann, so knapp. Ich hätte den einholen können. Alter, so knapp, Alter, so knapp. Regt mich das jetzt auf. Alter, regt mich das jetzt auf. Oh, und jetzt habe ich den... Oh. Jetzt habe ich den Start verkackt. Oh, ist er egal. Welt, das war so knapp. Sowas ist echt bitter. Richtig bitter. Du Arsch. Stell dich nicht vor mir. Aber irgendwie witzig ist es schon. Alle Autos und ich bin der einzige Motorradfahrer. So, Platz 5 ist jetzt auch meins. Diesmal schaffe ich das. Oh, und danach kommt das Tiger-Level wieder. Also, im Prinzip. Alles noch sehr schön. So, Platz 4 sind wir jetzt auch wieder. So, Platz 3 schaffen wir jetzt auch gleich. Na, du Arsch. Hey, das gibt es doch nicht. Ich spiege mich manchmal echt verarschen, ey. Nein, nein, jetzt sitzen wir wieder quitt. Okay. Hey, manchmal ist die Lenkung richtig bescheuert. Jetzt zieht er zu weit. Das schaffe ich wieder nicht. Oh, wobei, es könnte wieder so knapp werden. Ne, schaffe ich wieder nicht. Ätzend. Hat der mich umgefahren? Das bin ich gerade umgefahren, gell? Okay, neuer Start. Richtig zum Kotzen. Ach, das resifft mich jetzt schon an. Aber rein theoretisch, das, was jetzt gefehlt hat, ist einfach nur der Neustart, der fehlt. Ja, hätte ich den Start nicht verkackt, dann hätte ich es wahrscheinlich hingekriegt. Schon bitter. Egal. Da war ja noch mehrere Fehler auch noch zwischendrin. Von diesem Sonntagsfahrer da. Alter, mit Schal, Alter. Richtig, gell. Ich schaffe das, Leute. Leute, ich schaffe das. Ich sag's euch. Diesmal gebe ich den nicht. Diesmal dürfen sie mir dann in den in den Hintern gucken, weil ich den die alle überhole und nur noch meinen Rücken sehe und meinen Arsch. So. Ah ja, da muss ich das hin. Ich glaube, noch ein Motorrad-Level gibt's dann. Glaublich. Oder gab's nicht mal in einem Bereich sogar zwei Motorrad-Level? Ich weiß es gar nicht mal. Das ist mir echt mein Turbo verkackt. Na, ist egal. Bis jetzt sieht's richtig gut aus eigentlich. Muss ich mal sagen. Nein. Nein. Da nehme ich die Schilder mit. Jetzt kann man überholt die Drecksau. Okay. So. Gib Gas. Ah, Mann. Schon wieder. Weil er vor meiner Nase ist. Egal. 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 Geschafft. Wir haben's geschafft, Leute. Dankeschön. Yay. Okay. Jetzt kommt's letzte Level in diesem Bereich und dann geht's Fight vs. Entropy. Achso, nee. Das war gar kein Tiger-Long. Das war so normales. Ist aber auch nicht so schlecht. Wieder so im Mitte, Alter. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt, aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich will dich und das gesamte Universum tausend Jahre leiden lassen. Ich weiß gar nicht, was mit dir so rummucken. Oh, wie war das bei dem Fertzicken? Ich kann bei dir denn gar nichts machen? Ach doch, drauf springen. Aber mehr nicht. Okay. Dann weiß ich das jetzt. Frischlein, Frischlein. Einfach aus dem Weg gehen. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was da das Problem sein soll. Hm. Nein. Ich hätte da nicht hinslidern sollen. Der hat mir jetzt mein Leben verkackt. Okay. So. Mach da alle Weide kaputt. Ja. Ich habe vergessen, die werden ja sonst zu Stahl. Und dann kann ich sie nicht mehr kaputt machen. Deswegen hätte ich jetzt auf das TNT zu warten, wäre bescheuert gewesen. Sieht aber alles locker flackig aus, wie es aussieht. Sehr geschmeidig das Level. Sehr geschmeidig. Ich weiß gar nicht mehr. Was war in Tropia? In Tropia war, glaube ich, nur hinhüpfen und drehen und ausweichen von seinen Attacken. Der hat das aus Stromattacken, glaube ich, gemacht. Oder so. Ich glaube, echt... Oh, 30 Kisten im Bonuslevel. Okay. Krass. Ja, richtig geil. Super. Weil ich das TNT angedrückt habe, der mir natürlich das Ding kaputt gemacht hat. Den Jumper. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Jumper. Warte mal, 30 Kisten. 50, 60, 70. Da sind wir schon bei 72. Okay. Das Level wird wahrscheinlich auch nicht allzu lange noch sein. Okay. Okay, da muss ich echt auffassen, dass ich das TNT jetzt nicht aktiviere. Da ist nachher dasselbe Spiel. Dein Ernst? Jetzt macht das nicht kaputt. Okay, das sind nur noch die drei Kisten, das passt. Geht kaputt. Dankeschön. Dann kriegen wir mal wieder ein Leben. Zuerst zwei. Wir müssen auch mal überlegen, wie ging hier der Leben einen 99 Trick. Ich glaube, das gab es nämlich bei allen drei Crash-Spiele. Beim ersten weiß es auch irgendwie gar nicht mehr. Beim zweiten musste ich es noch. Drei haben wir sich echt auch nochmal nachgucken. Da weiß ich es auch nicht mehr. Okay, ein Checkpoint. Da ist das Tor. Das heißt, da ende ich schon das Ende vom Level. Ah, ich wollte gerade sagen. What the fuck, ey. Ne, aber wir haben es doch. Wir haben es doch vollständig. Jo, wir kommen dann auch jetzt zum Ende dieses Bereiches. Er hat noch der Boss-Fight, Entropie und dann Hammers. Ah, eure kleinen Ungeziefer-Gehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. Uh. Da habe ich aber Angst. Verschwende nicht meine Zeit, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Aha. Wow. Der erinnert mich schon beinahe an Engine. Äh, danke. Ich hätte auf der Platte bleiben sollen, ja. Kann das sein? Ne, ich wollte... Ist nicht schlimm. Das war mit voller Absicht. Ich wollte echt gucken, ob ich das Teil zurückschlägen kann. Aber ne. What? Ich bin doch ausgewichen. Entropie, du bist echt ein Sackgesicht. Ah, ich bin müde. Einfach ein bisschen konzentriert bleiben, dann passt das schon. Wow. Diesmal tut es mir ja wirklich direkt im WG stellen. Ja, ich hätte einfach echt auf die Platte bleiben sollen. Äh, lame. Nicht so schlimm wie Dingodil, der war ja richtig furchtbar, aber definitiv lame. Ich glaube, jetzt macht er doch zwei gleichzeitig gleich, oder? Da war doch irgendwas. Oder? Nö. Das war's echt. Ja, Mann. Wir haben's drehen bekommen. Das ist richtig geil. Das feiere ich hart. Ich liebe diese Fähigkeit. Ja, okay. Ähm, im Prinzip war's das dann für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde, äh, mal gucken, ähm, ich glaub, ich muss nur noch in einem Level den goldenen Kristall bekommen, sonst hab ich auch in diesem Bereich, glaub ich, alles geholt. Die, ihr unverschämten, unbedeutenden Narren, in dem ihr Entropie besiegt habt, habt ihr uns alle in große Gefahr gebracht. Äh, Crash, Koko, euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropie sie nicht ständig überwacht. Wieso, verdammt nochmal, kam es jetzt erst nach der Ladezeit? Das ist gelaber. Jetzt mal gucken, okay? Da fehlt mir noch was, weil ich die goldene auch wieder brauche. Aber sonst habe ich hier alles. Die Relikte ziehe ich natürlich jetzt nicht mit. Das hoffe ich, das ist euch klar. Da alles und auch da alles. Ja? Das ist ernsthaft so? So, jetzt kommen wir im vorletzten Bereich. Ja, Engine, ihr seht schon, das ist wieder Engine. Aids Land. Oh, echt. Aids Land. Hass ich. Also, die werden, diese Level hasse ich richtig. Oh, oh, das, oh, 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 das, das Spiel liebt mich jetzt richtig. Okay, und der letzte ist, oh, also, beim nächsten Part gibt es richtig viel Rage, das sage ich euch jetzt schon. Also, tschüss Leute. das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, Vielen Dank.